Deutschland bewegen Fundstücke als Plakatmotiver, vielleicht auch Kunst, vielleicht auch endlich eine Kunstausstellung, Energy Art. Bauchkampagnen, Herzkampagnen, Brain-Campagnes, es gibt was, was du nicht kannst. Und das ist bereits am Laufen, sichtbar oder unsichtbar. Klassisch, aber auch ohne Scheu, Neues, mit Neuem, noch neuerem, Erfahrungsträume, Erfahrungsträume anfangen. Nun zum Wahnsinn, wir nennen es Innovation. Nicht die Politik, berät die Politik Beratung, die Politik Beratung berät die Politik und die Politik ist gut beraten, sich beraten zu lassen. Mein Vortrag. Unser Vortrag. Mit Klaus bereits vor diesem Besprechung bereiten wir auch. Erneuerte Gründung einer Bürgerinitiative ohne Bürger. Nächste Folie. Ewig, Sandra, ich würde ja wirklich gerne fragen, ich habe schon genug zu tun. Ich weiß, was Sie sagen. Es ist kein Verbrechen, aber ich habe schon genug zu tun. Weiß, wir alle wissen. Fakt ist, diese alberne Kampagne für das Gesundheitsmilitarium benötigt weit mehr Ressourcen als unser bisheriges Format an aktuelle Gegebenheiten anpassen. Meine Schuhe sind durchprenzt, mir tut alles weh und ich muss einfach auch mal nach meinem Pool sehen. Die Frau, die sich um meine Eselsfarm kümmert, ist selbst so eine Art EA. Deutschland gemeinsam abkacken! Wir sind Deutschlands größter PR-Agentur. Wir verfolgen doch nicht auf einmal eigene Ziele. Wir sind Deutschlands größter PR-Agentur. Ich arbeite hier, um meine laufenden Kosten zu decken und die laufenden Kosten meiner Kinder und meiner armen Mutter und um weitere Beispiele zu nennen, ein Pflegeheim zu ermöglichen, in dem es nicht ganz so übel. Ja, kreativ, Alter! Darüber müssen wir reden. Kann man dieses Bildarchiv nicht einmal von einem Praktikanten unter den Gesichtspunkten? Schönheit, Titten, Gebeinen, Krümpeln, Bürgeln, Könntest du vielleicht einmal deine Klappe halten? Wir setzen die Themen, Agenda. Das können wir. Und das wollen wir auch. Gemeinsam. In einem starken Power-Team. Power-Team. Putra! Helena! ruf Centrum für KiKA Har Gott, Hallo! Oh, ich bin. Da. Da. Wochenendeitusaare. 早. en